Sehr geehrte Damen und Herren, zugegebenermaßen geht es heute um ein Thema, das auf den ersten Blick nicht so aussieht, als wenn es zu unserer Themengruppe Leben ohne Krankheit gehört. Doch es ist eine deutliche Auswirkung der Profitorientierung unseres Gesundheitswesens auf unser Leben. Laden Sie sich bitte den unter diesem Video stehenden Artikel herunter, lesen Sie ihn und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerungen. Wir haben hier schon sehr oft festgestellt, dass die Profitorientierung im Gesundheitswesen unser Bedürfnis zu Gesundheit und Leben ohne Krankheit zurücksetzen muss. Beziehungsweise, dass wir als Patienten in den Augen der Leistungserbringer im Gesundheitswesen in Deutschland nicht mit höchster Priorität stehen, sondern der Profit ist das Wichtigste. Also lesen Sie und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerungen.